Musik Musik Deep inside your head 1984 is a life in the bed No matter what you do The NSA is watching you The NSA gunna دring Entra kena A' hat' Not a' Hey a' Don't bend my arms A' loon' di ε I'm a hat' A' hat' The blues IIch Is hay beginning Rufo und öffnen, dansen, tschüss, ja! Die Näcke, der kommt von der Politik, der von Herrn, ja? Wir sind in der Hand, ja, wir sind in der Hand. Wir sind in der Hand, ja, wir sind in der Hand. Was ist zu was passiert, wenn alles in der Hand ist? Weißt du, was passiert, wenn du fließt, wenn du schwere losst, abzumlos, Boden singst? Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch im Namen vom Seniorenbeirat einen schönen Nachmittag. Wir wollen einfach mal jetzt beginnen mit angekommenen Zeugen aus Garn und auch aus Bern. Herzlichen, feine, feine, so Musik, wir haben sie gern. Denn dort wird die Musik verklingt, da ist ein Sonnenschein. Musik ist wie ein Wunder, sie schwebt ins Herz hinein. Schenkt auch an Gauertagen ein Weg Sonnenschein. ,, zu Allah, zu Allah, zu Allah, zu Allah, zu Allah und zu doesn, tight die Musik verso eine Flip. Wie kann es die irgendwie resi // Vielen Dank, meine Lieben Gäste. Danke, 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 meine Lieben Gäste. Es war aber wieder ein tolles, schönes Altstadtfest, würde ich mal behaupten. Ich weiß jetzt nicht, was die Besucher dazu sagen, aber ich bin rundum zufrieden mit dem Altstadtfest und bedanke mich nochmal bei den ganzen Gefahren Rana, dass sie mit uns gefeiert haben. Ja, Maike, ich glaube, wir können uns dem Ganzen nur anschließen. Dir ein riesen Dankeschön für deine ganze Organisation, die wieder hervorragend geklappt hat. Du hast sogar zum Wettergott den besten Draht, haben wir festgestellt. Alle waren zufrieden und wir können uns eigentlich nur bei allen bedanken, ob es die Jeveraner sind, die mitgemacht haben, aber auch die vielen, vielen Helfer rundherum, ob es die Polizei war, das DRK, das THW und, und, und. Und, ja, und wir freuen uns aufs nächste Jahr, oder? Darauf freuen wir uns. Da mit Sicherheit, da freuen wir uns mit Sicherheit drauf. Richtig. Hast du für nächstes Jahr schon was in Planung? Habe ich noch nicht, aber ich denke mal, Anfang des Jahres fange ich wieder damit an und suche wieder verschiedene Highlights aus. Und wir freuen uns sehr aufs nächste Allstadtfest.